Präsident Joe Biden rief am Freitag zur Einheit der Partei auf, um das zu besiegen, was er als düstere Vision bezeichnete, die sein politischer Gegner, der ehemalige Präsident Donald Trump, vertrete. Bidens Kommentare kommen angesichts des Drucks der Demokraten auf höchster Ebene, die von ihm verlangen, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen und den Weg für die Nominierung eines neuen Kandidaten zu ebnen. Die Zahl derjenigen, die Bidens Rücktritt fordern, wächst ständig, insbesondere nach der Nachricht aus dem Weißen Haus, dass der Präsident seine Kampagne vorübergehend unterbrochen hat, nachdem er positiv auf Covid getestet wurde. Der Präsident, der darauf besteht, dass er den republikanischen Kandidaten Donald Trump schlagen kann, berät sich mit seiner Familie und stützt sich auf einige seiner vertrauenswürdigen Berater, während er versucht, den Bemühungen zu widerstehen, ihn aus dem Rennen zu drängen. In einer Erklärung am Freitag sagte Biden, dass Trumps Rede auf der Nationalen Republikanischen Konvention eine düstere Vision für die Zukunft enthüllt habe. Der Präsident, der versucht, die politische Debatte von seiner eigenen Zukunft auf die Agenda seines Gegners zu verlagern, sagte, dass er plane, nächste Woche in den Wahlkampf zurückzukehren.